Er hat eine erschreckende Einstellung zu seiner Tat. Er hat sich dann direkt angelogen mit den Kindern und... Was heißt gelogen? Er hat ja gefragt, wie viele Kinder ich hab. Da hab ich gesagt drei. Ich hab ja ein paar mehr, aber geht ja nichts an. Er muss ja nicht denken, Vater von so vielen Kindern und dann hier vor Gericht bei mir. Wie du hast mehr? Hä? Ich hab ja, ich glaub, vier Kinder. Oder fünf. Irgendwie kommen da immer mehr zu. Aus allen Ecken.